Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich. Da kamen bei Nacht, eh manns gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk gemacht. In Köln gibt es in der Nähe des Doms einen Brunnen, auf dem die Geschichte der Heinzelmännchen dargestellt ist. Und immer wenn ich daran vorbeikomme, muss ich komischerweise an den Heiligen Geist denken. Denn der Heilige Geist ist wie die Heinzelmännchen auch so ein guter Helfer, kraftvoll und hilfsbereit, aber er ist genauso scheu. Wir freuen uns über seine Hilfe, aber bekommen ihn niemals zu Gesicht. Er wirkt immer im Verborgenen und zeigt sich nie direkt, immer nur in den Auswirkungen. Auf dem Heinzelmännchenbrunnen wird auch dargestellt, wie diese guten Geister aus Köln vertrieben wurden. Durch Neugierde. Denn die Frau des Schneiders wollte unbedingt ans Licht zerren, wer diese Gestalten sind und was sie genau tun. Und da verschwanden sie für immer. Da lobe ich mir die Heilige Schrift, die bezähmt unsere Neugierde und spricht immer nur in Bildern vom Heiligen Geist. Er ist wie Feuer oder wie ein Sturmwind. Er gleicht dem Atem oder einem sanften Hauch. Was den Heiligen Geist aber von den Heinzelmännchen unterscheidet, der Geist Gottes erlaubt nie, dass wir uns auf die faule Haut legen. Er macht nicht unsere Arbeit. Er unterstützt uns, aber er erwartet, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Wenn wir tun, was wir können, bewirkt Gottes Geist den Rest. Auch nach Pfingsten werden wir diesen scheuen Geist Gottes nie zu Gesicht bekommen. Aber wir werden jeden Tag seine wunderbare Unterstützung erfahren. Dafür danke ich Gott im Nachtgebet. 22 Uhr DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar